Wir haben viele attraktive Rennen, spannende Rennen und hoffentlich geht es in den nächsten zehn Jahren genau beruht weiter. Ich denke, die Gini Masters sind wirklich, wirklich stark, in terms of the amount of drivers that participate. Wenn die ersten 20, 25 Autos in Vollerfang in einer Sekunde sind, dann fahren wir so nebeneinander. Bei keiner anderen Serie hast du das. Zudem noch die Fan-Nähe, wo die Gini Masters auszeichnet, ist für uns ein absolutes Highlight jedes Rennen. Dadurch, dass natürlich auch der Fernseher am Wochenende zwei Stunden live übertragen wird und Sponsoren drücken hier rein. Der LRC hat gewiesen, dass er eine tolle Plattform geschaffen hat. Es zeigt, dass wir die besten der besten Fahrer, die besten Teams, die besten Fahrer haben. Es ist wirklich eine schöne Atmosphäre, um ein Teil zu sein. Wenn wir alle noch in der Startaufstellung stehen, da ist eigentlich der spannendste Moment im ganzen Rennen. Wichtig ist, dass man immer voll konzentriert ist und bei der Sache ist. Ich versuche, mich selbst zu schlafen und zu glücklich zu sein, weil ich wirklich glücklich zu fahren bin. Ich unterhalte mich gerne in der Startaufstellung mit Team, mit Fans, mit Gästen von uns. Das lenkt mich ein bisschen ab, dass ich nicht so nervös bin. Willkommen zur ADAC-GT Masters! Es ist Feuer frei, die Formations- und Einführungsrunde steht unmittelbar bevor. Sport 1 für Martin Raginger. Heute Startplatz 2. Am Ende vielleicht ganz oben aufs Podium. Wir versuchen natürlich alles. Dass wir da rauskommen, sind wir am Ende von der Stunde. Es ist besonders in den Gigi Masters, wo man die Spektatoren befreitert. Wahrscheinlich das beste Gefühl der Welt, sich auf die Linie aufzunehmen. Ich bin eigentlich sehr nervös, wenn Chris in der Fahrt, während der Start. Die League of Super-Sports-Cars sind bereit, um eine fantastische Rage zu machen. Jetzt ist der Start und der Push. Let's go racing! Eine Stunde GT Masters-Race-Action zu kommen. Eine Stunde Rennbauer. Los geht's! Der wird side by side. In der ersten Kurve kann man das Rennen nicht gewinnen, nur verlieren. Man fällt lesen, wer bremst wo. Das letzte Mal von 16 auf 8 am Nürburgring, da ist es gut gelungen. Da war es sogar gut, der mich da mal richtig angegast hat. Ich versuche nur so viel, wie ich kann. Und in jedem einzelnen Hall in der Straße geht es einfach. Ich versuche nur so viel. 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 15 Sekunden bis das Boxenstoppfenster öffnet. Zehn Minuten Zeit. Der Fahrrad-Changer ist, wie gesagt, wirklich unig. Der Peslau-Wendung ist offen. Und wenn wir eine Sekunde zwei beim Fahrradwechsel verlieren, dann ist das sehr, sehr schwierig auf der Strecke wieder aufzunehmen. Für den Fahrrad, der reinsteigt, der muss dann halt auch von Anfang an auf den Punkt hinkriegen. Fest schnallen, Motor starten und wieder raus. Die GT3 Autos sind toll zum Zusehen. Das sind richtige Rennautos. Da hat jedes Auto seine eigene Klasse und Individualität. Das macht es für den Zuschauer auch so attraktiv, diese Autos mal zu erleben. Das ist ein bisschen Muscle-Kar mit einem großen V8. Es ist ein sehr schönes Fahrrad. Und ja, es ist ein sehr schönes Fahrrad. Schön, kraftvoll und erfolgreich. Schöne Rennwagen, schöne Performance, schöne Rundungen, auch schöne Kanten und Ecken. Fantastika! Porsche ist ein Mythos. Ich bin schon seit Kindheit Porsche-Fan und bin sehr froh, jetzt mit einem Porsche zu fahren. Hallo, es ist ein Porsche. Brauche ich dazu mehr sagen. Alle Linien sind ganz gerade und aggressiv. Es sieht wirklich aus wie eine Rennrakette. AmG steht für Performance, steht für Leidenschaft. Ich finde das Auto persönlich sehr schön gelungen. Die Heckpartie ist sehr breit und irgendwie bullig. Wirkt sehr aggressiv. Die BMW M6 ist ein sehr guter Fahrrad. Es ist ein ganz neues Fahrrad. Es sieht sehr aggressiv, sehr scharf und groß aus. Ich finde es ist ein sehr, sehr guter Fahrrad. Das ist eigentlich ein Auto, das eigentlich gemacht ist für die Filme. So viel Grip, so viel Aerodynamik, so viel Leistung. Ja, das kannst du praktisch vorstellen. Unser Auto ist ein Rechtssenker, aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, nach zwei, drei Runden ist alles drin. Es ist ziemlich unendlich, um einen Luxury-Brentley-Continental zu fahren, auf der Straße gegen alle Super-Cars zu fahren. Feuer im Heck des Bonaldi-Hamborghini. Die Porsche geht nach links, er ist aus der Straße. Es wird ein Kontakt zwischen den beiden. Es ist Motorsport. Es hat Kontakt. Es war einfach ein Rennen, was für uns extrem gut lief. Du weißt, wie sich der Teamkollege auch fühlt. Schwarz-Weiß kariert, Glückrutsch an die Laufsieger. Wow, was eine dramatische Runde. Wenn du diesen Mann auf P1 sein kannst, wirst du einen fantastischen Job gemacht. Wenn es um die Meisterschaft geht, ist die letzte Runde natürlich der Allerschönste. Es fällt so viel Druck von einem ab, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist für jeden Rennfahrer das Größte, wenn man da oben steht, nicht nur für die Fahrer, sondern auch für das Team. Das ist das, was uns einmal antreibt. Deshalb ist es natürlich toll, wenn man dann mal den Schwung ganz nach oben schafft. To heck with the media photographs. Let's just crack open the champagne now, Chaps. Toast. Toast. Toast.